So, jetzt nicht verkacken, nicht verkacken. Komm schon jetzt. High Speed. Ach, hier geht's auch noch rein. Oh mein Gott, das ist auch so... Verkackt. Verkackt, wie immer. Mann! Das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, war das knapp. Ey! Das macht ein LKW hier vorne, läuft bei ihm. Oh mein Gott. So, hier die Musik ausstellen. Ey, du Opfer, wer war das? Alter, wo ist denn der Dritte? Und ich muss fahren wie so ein Gott. Nicht wieder kurz vor Schluss. Alles klar! Kevin, kurzer Tipp, nicht wieder kurz vor Schluss eingeholt werden. Maul halten. Vorher erstmal groß Töne schmucken. Mann. Ich mag's nicht, wenn die mir entgegenkommen. Ich glaube, ich sehe einen. Mann! Oh shit! Wieso sterbe ich immer bei den Crashs? Also sind jetzt keine Supersportwagen hier. Mal verpiss dich doch! Oh mein Gott! Wie langsamer ist als alle anderen. Ey, das war ihm bloß perfekter Motorradfahrer. Und ich dreh mich wegen dem. Machen wir hier in die Playlist noch fertig. Dann gibt's ja Black Ops 3. Ja. Ey, was bin ich hier? Aus Papo oder was? Ja. Meine Presse, ey. Och nein, Taku, du hässlicher Untermensch. Ja, du hast auch erhebten, dass er mich gekillt hat. Was ist denn hier alles? Habt ihr den Spawn gesehen? Livestreamer! Oh, ich hab Kevin gekillt. Was ist denn hier los, ey? Bin ich jetzt wieder so spawne? Ey, was? Oh, what the fuck? Das Ding ist explodiert. Lass, du bleibst. Einfach fahren! Ihr Opfer! Alter! Stell weg hier! Der guckt mal den Spawn an! Ey, schade, dass du meinen Stream nicht guckst. Also ich bin aktuell Zweiter sogar. Oh, mein Gott, Polizei. Junge, was habe ich verbrochen, Alter? Alter, Mann, Alter! Ich bin bestraft, Mann! Hinter mir ist er. Überpisst euch, Mann! Drei Sterne, die sind mittlerweile ziemlich lästig. Das ist unnormal, wie viele sind. Wie oft ich je gekillt werde, Mann! Jungen, mir fehlende Worte. Livestream. Wieso, ich, Mann! Kloppy. Oh, ey! Lass mich einfach fahren! Welcher Platz bist denn du? Das ist das schlimmste Rennen, was ich jemals hatte. Gucke mal, ich bin das neue Kid, Mann! Verpisst dich hier, Mann! So, jetzt nicht verkacken, nicht verkacken. Komm schon, jetzt. High Speed! Ach, hier geht's auch noch rein. Oh, mein Gott, ich bin auch noch kackt. Fuck, kackt. Wie immer! Mann! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bin zu dumm zum Scheißen, Alter! Ey, du hast das erkannt. Oh, mein Gott, Alter! Ich bin immer... Junge, ich hätte locker durch sein können. Oh, mein Gott, hier explodiert gerade alles. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin zu weh in meinem Kopf. Und was? Stell dich in der Gefahr! Da, weil der vor mir wurde zu dumm ist, zum Scheißen, Alter! Ja, jawohl! Halt, stopp! Du Hurenkind, Mann! Weil die alle behindert sind! Die sollen einfach rüberfahren und öffnen zu rammen, Alter! Ich bin Zweiter! Ach, das hat... Ja, das hat schon mal keinen Sinn mehr. Die Rampen sind wieder unter Wasser. Soll ich ein Schietzeug... Magrippert. Was soll das, bitte? Keine Ahnung, Kevin. Wie soll jetzt hier zum Strand kommen? Ich hab mich schon nach hinten gelehnt. Na, fuck, wenn da nicht... Mann, Alter! Außenwilch, du hessisches Skrüppelding, ey! Ich versuche erst langsam und dann dich immer mehr zu steigern, so mehr du an Schieße gewinnst. So hab ich's geschafft. So, Fünfter. Ja, jetzt lande ich wieder im Wasser. So muss das! Jetzt wirst du vom Heil getötet. WAAAATS! Ah, ne, ich dachte, okay, ich dachte, ich bin tot, Alter. Ich kann sagen, dass das Serverdown sind, weil sie neue Aufgaben einführen. Ich glaube nicht, dass es denn komplett alles abkommt. Überleg mal, jetzt würde ein Motorrad auf mir landen, Alter. Ich würde komplett eskalieren. Du bist doch Hurensohn. Die fahren mir immer in den Weg, Mann! Oh mein Gott! Ich bin doch Hurensöhne! Ach, nein! Es ist so easy, wer das gewesen ist, Mann! So easy und dann steht irgendein Volltrottel im Weg, Mann! Du hast mich runtergeschubst! Ich dich? Ja! Lagst du da auf dem Dach oder was? Nein! Ich war schief. Du hast dann meine Vorderachse quasi von der Rampe runtergeschubst. Nö! Du hast das au карte. Du hast da auf Kostet. Ich weiß warum. Du hast da auf Kostet. Bis zum nächsten Mal.